Ist der Tod für den Gläubigen schwer zu ertragen? Als er im Sterben lag, so hat er seine Hand in den Wasserbehälter eingetaucht und damit sein Gesicht und sein Körper gewischt. Und er sagte, war nicht der Tod, ist schwer zu ertragen, war nicht der Tod, hat Qual. Aber was wird er bekommen von Allah, der Prophet, die doppelte Belohnung. Und ein jeder sollte wissen, wenn der Tod schwer ist für ihn, so reinigt Allah ihn von was? Von seinen Sinnen. Möge aber so, sollen uns ein gutes Ende geben. Na, tafaut.